Manche Gäste, darunter viele Flüchtlinge, können so gut wie gar nicht schwimmen. Auch diesen indischen Studenten fällt es schwer, den Kopf über Wasser zu halten. Dem Rettungsschwimmer ist das nicht geheuer. Er greift ein. Sie sollen im Nichtschwimmerbereich bleiben. Während der Welle sind fast zwei, drei Stück davon runtergegangen. Und deswegen habe ich, sag ich mal, so verwarnt, dass sie sich bis zur Linie eigentlich halten müssen und nicht mehr in die Tiefe reinkommen. Viele Nationalitäten, viele Sprachen. Das macht die Verständigung nicht leicht. Eben wird er gerade untergegangen, beinahe, oder? Ja, ja. Wie war das? Das ist ja schon.